Klima in der Luft und wieder ganz kurz. Super! Das Überraschende bei Ihnen ist eigentlich nicht die Sprungqualität, sondern die Beständigkeit, mit der Sie Sprungqualität sind. Jetzt wirklich seit zwei Wochen hat er das, wenn man denkt, ich muss einmal zu gut anfangen im Training und dann hat er rausgekommen, hat die Quale nicht geschafft. Das kann dann so schnell gehen, weil einfach das Niveau so gut ist und jetzt hat er es heraus, dass er sich weg und umbringt. Schauen wir mal, ob das auch gut ist. Die Handflächen nach unten, ähnlich wie der Noriaki Kassei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017